Hallo Leute, willkommen zu einem weiteren Part von GTA 3. Ich habe jetzt, glaube ich, über eineinhalb Monate nicht aufgenommen, aber keine Angst, es kommen wieder Let's Plays. Ich weiß gar nicht mehr, wo wir stehen geblieben sind. Und hier geht schon wieder Chaos ab. So, ich fahr jetzt einfach mal zu dem R. Ja. Lass ich mal eine Frage ab, schreib mir das mal in den Kommentaren. Zum Beispiel, ich spiel zur Zeit NHL 18. Hab mir... Tödliche Brotfahrt. Ich spiel zur Zeit NHL 18. Ich bin ja DL... Ich bin ja öfters mal bei der D... Ich bin ja öfters mal bei der D... beim... I forget. Bei der DL 2. Vor allem möchte ich jetzt nicht nennen. Und ja... Jetzt ist die Frage... Wollt ihr, dass ich mal eine komplette DL 2... Also ich erstelle gerade die komplette Vereine der DL 2... Ob ich mal... Zum Beispiel... Eine komplette Verteilung der DL 2... Let's Plays. Dann will ich auch die DL und die Oberliga Nord und Süd... will ich noch erstellen. Also die Oberliga Nord und Süd DL ist ja schon dabei. Die DL 2. Oberliga Nord und Süd möchte ich alle erstellen. Alle Vereine. Und dann wollte ich da eine Saison starten. Soll ich die Let's Plays? Oder wollt ihr das... Oder wollt ihr sowas nicht sehen? Das ist jetzt halt die Frage. Schreibt mir das einfach mal bitte in den Kommentaren. Dann würde ich mich freuen. Jetzt wird jetzt auch wieder mehr GTA kommen. Aber jetzt ist jetzt die Frage... Wie komme ich da runter? Hier ist mal... Was hier die... Warte mal. Da muss man irgendwo eine Treppe geben. Ich bin wahrscheinlich zu weit gefahren. Fuck man. Vielleicht sollte ich weniger labern und mich mehr konzentrieren. Deshalb hat man richtig das Lust zu werben. Das ist jetzt Part 24. Ich muss eben gerade nochmal nachgucken. Welchen Part wird eigentlich denn? Ich hab wie gesagt lange nicht mehr aufgenommen. Ich bin genau so unten. Ich bin echt nicht mehr安. Ich bin jetzt bei mir zuerst. Ich bin eigentlich bei mir da. Mit mir Olá. Schüsst, wo der wäre? Ich hab da vorne irgendeine... Könnte er sein, ne? Schaut, Alter! Okay, Leute, das war ja einfach die Mission. Aber ich geh bestimmt nicht hier ans Land, wo ich am meisten gehasst werde. Ich weiß auch nicht warum, ich hab einfach irgendwie keine Zeit. Aber ich verspreche euch, ich hab nächste Woche, also ab Montag hab ich Urlaub und dann kommt wieder mehr Let's Plays von mir. Was ist doch hier lang? Ich muss jetzt... Okay, Sonnen Island. So... So... Reißen wir mal schnell die Speise an. Ich hab ein bisschen Munition eingekauft. So... 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 So! So! So... So! 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 Das war's. Oh, ich bin ein Dreckiger. Hey, du bist okay? Cool. You useless bastard! You totally messed up! My ass is on the line, and you can't even kill a goddamn fly! I paid you good money to kill that witness, and he ain't dead, and today he's gonna make a federal deposition. He's being moved any second now from the Carson General Hospital up in Rockford. If he squeals, I squeal! It was so light. Oh! It's on to a G-73, he said he saw them. What's the car? It's on to a G-73, he said he saw them. Ah! What the- Ah! 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 You are risking your money! Ah! 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Oh, 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 oh.